Der Speedboard Smart ist das neue Router-Top-Modell der Telekom. Im Vergleich mit der Konkurrenz ist er auch noch erheblich günstiger, aber kann auch das Innenleben des Speedports überzeugen? Schauen wir zunächst auf die äußeren Werte. Im Vergleich zu älteren Routern der Telekom punktet der Speedboard Smart mit einem schicken und dezenten Design. Auch die Verarbeitung macht einen guten Eindruck, der Router fühlt sich insgesamt sehr wertig an. Ein Symbol auf der Vorderseite zeigt, wo sich das NFC-Modul befindet. Bei entsprechender Unterstützung lassen sich so Smartphones drahtlos und schnell mit dem Router verbinden. Auf der Rückseite gibt es neben dem obligatorischen DSL-Anschluss vier LAN-Anschlüsse mit Gigabit-Geschwindigkeiten, einem USB 2.0-Port, zwei TAE-Telefonanschlüsse sowie ein Port für ein Glasfasermodem. Mit den vier Antennen funkt der Speedport parallel auf den 2,4 und 5 GHz-Bändern. Im AC-Standard macht der Router theoretisch mit 1700 Mbps ordentlich Dampf, im Endstandard soll die Geschwindigkeit bis 600 Mbps gehen. Ebenfalls von Vorteil, der Speedport unterstützt Multi-User MIMO, sodass er bis zu drei Endgeräte gleichzeitig mit Daten beliefern kann. Soweit also die theoretischen Daten vom Hersteller. In unserem Labortest zeigte sich leider ein anderes Bild. Im Endstandard ist der Router wirklich eine Enttäuschung und versendet weitaus langsamer seine Daten als andere Router im Testfeld. Dagegen brilliert der Speedport bei WLAN-AC. Im schnellen Standard überholt er mit seiner Reichweite alle anderen Konkurrenten. Routerneulinge dürfen sich besonders über den Speedport Smart freuen. Die Einrichtung und Konfiguration ist kinderleicht. Anleitungen und Hilfestellungen sind verständlich und jederzeit nachvollziehbar.